Das Rendezvous, direkt gelegen zwischen dem Boulevard und dem Strand von Paguera. Ein gepflegter Palmengarten, direkt an der Bucht von Paguera. Außer einem traumhaften Meerblick bekommt man hier im Rendezvous Garten klassische Gerichte und mallorquinische Spezialitäten vom Holzkohlegrill. Das alles mit stets gut gelaunter Bedienung und Livemusik ab 20 Uhr, 7 Tagen in der Woche. Okay. Okay. So, so. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Allen, die hier ihren Urlaub verbringen wollen, sei gesagt, die Nächte in Paraguera sind heiß.